Die sensible Hautroutine besteht aus dem milden Reiniger, dem probiotischen Konzentrat und der erneuerten Feuchtigkeitscreme. Wie die genaue Anwendung des milden Reinigers funktioniert, erfährst du im unten verlängten Video. Als zweiten Schritt sprühst du das probiotische Konzentrat auf das abgetrocknete Gesicht auf. Das Konzentrat enthält Wirkstoffe, welche die Haut nachhaltig hydrieren und die Barriererschutzschicht der Haut unterstützen. Anschließend kannst du es sanft mit einem Wattepad wieder entfernen und wenn gewünscht nochmals auftragen. Die erneuerte Feuchtigkeitscreme wird als letzter Schritt aufgetragen und fördert mit dem Vitamin C den Erneuerungsprozess der Haut. Man gibt eine haselnussgroße Menge der Creme in die Handflächen und massiert sie sanft ein. Morgens sollte täglich ein Sonnenschutz von mindestens Lichtschutzfaktor 30 verwendet werden. Die Pflegeroutine ist speziell auf sensible Haut abgestimmt.